Ich bin Evelin Pfeffer und bin seit meinem Abschluss an der STF ein Teil vom Modellabel Papp. Für uns ist es wichtig, dass unsere Teile an jedem schön aussehen. Unsere Designs müssen funktionieren und praktisch sein. Zusammen mit den Bedürfnissen der Kunden und dem Anspruch an zeitloses Design entwickeln wir einen optimalen und passgenauen Schnitt. Das eigene Label zu führen ist nicht immer einfach und neben den interessanten Sachen häufig auch mit Stress verbunden. Aus diesem Grund ist es aber schön zu wissen, dass wenn mal etwas nicht läuft, es sollte, wir uns immer noch mit den Fachleuten der STF und unserem Netzwerk austauschen können. Ich würde noch mal gehen, wenn ich könnte.